Ich habe vielleicht ein Thema gewählt und über dieses Thema wird eigentlich sehr selten gesprochen. Und ich habe vernünftige Verlaufskontrollen bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und da meine ich die Kontrollen bei Patienten, die in Remission sind, also die keine Beschwerden haben. Ich habe mich immer gewundert bei Diabetes-Patienten, Herz-Patienten, Nieren-Lungen-Patienten. Da wird kontrolliert und bestimmt und gemacht. Und bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wobei das grösste Organ des menschlichen Körpers ja befallen ist und krank ist, wird eigentlich nichts gemacht. Das hat mich, man findet eigentlich nicht so viel darüber. Wo ist der Böster? Danke. Und darum habe ich selber im Verlauf der letzten 30 Jahre, aber vor allem im Verlauf der letzten 10 Jahre angefangen, das etwas systematisch zu beobachten. Und man findet Leute, die Medikamente nehmen, die haben entweder Antikörper, das Medikament nützt gar nichts. Zum Beispiel bei Humira mehrmals gefunden, kann man abstellen, nützt nichts. Über mehrere Jahre schon genommen. Oder der Spiegel ist zu tief, nützt auch nichts. Entweder könnte man es jetzt abstellen, das Medikament oder die Dosis erhöhen. Man findet Blutarmut, vor allem Eisenmangel und so weiter und so fort. Und darum denke ich, dass es wichtig ist, dass man auch bei Leuten, die sich gesund und beschwerdefrei fühlen, kontrollieren sollte. Warum geht das nicht? Kann ich nichts dafür? Jetzt. Nein. Da geht es nie weiter. Gut. Ich möchte aus Eindrücken Sie zum Thema vielleicht hinführen. Eindrücke, Informationen zum Magen-Darm-Trakt, etwas Eindrücke zeigen, Eindrücke und Informationen zu Zähde. Daraus die Wichtigkeit von Kontrollen auch bei ruhender Krankheit ableiten. Das Wunderwerk Darm, das grösste menschliche Organ mit vielen, zum Teil noch nicht gut erforschten Funktionen. Der Ort der Nahrungsaufnahme, wir wissen es und auch der Ausscheidung von überflüssigen und toxischen Substanzen. Das grösste Immunorgan des Körpers enthält 70% Abwehrzellen des menschlichen Immunsystems. 70% sind im Darm. Der Wohnraum des Mikrobioms, Billionen Bakterien, Viren, Pilze, etwa ein Drittel der Stuhlmasse sind Mikroben. Das zweite Gehirn, 100 Millionen Nervenzellen, für mich so oder so das intelligenteste Organ des ganzen Körpers. Wenn man das sieht, hat man sofort einen Hinweis dazu, es könnte ja so sein, das zweite hier. Das Wunderwerk Darm hat eine Länge von 6 Meter, man findet zwischen 6, 7, manchmal auch 7,5 Meter. Dünndarm 4 bis 5 Meter, Dickdarm etwa 1 Meter. Hat eine Oberfläche von 250 bis 450, ist wahrscheinlich hoch, aber man findet die verschiedensten Zahlen. Wenn wir sehen, dass wir dadurch erreichen, mit diesen Zottern, haben wir vorher auch bei Dr. Usabel schöne Bilder gesehen. Und es ist ungefähr so gross wie ein Tennisplatz. Wenn man sich das vor Augen stellt, das ganze Organ ist krank. Und man hat zwar keine Beschwerden, hat aber die Krankheit und man lässt es einfach dahin schlitten. Berechtigt etwa 30 Tonnen Essen und etwa 50.000 Hektoliter Flüssigkeit in einem Durchschnittsleben. Das ist nicht so wenig. Und da können Sie sich vorstellen, bei Morbus Crohn oder Colitis, was da passiert, wenn die Schleimhaut oder der Darm krank ist. Die Bilder haben wir alle gesehen. Darum etwas zur Häufigkeit, haben wir auch schon gehört. Die Inzidenz sagt auch, die jährliche Anzahl von Neuerkrankungen bei Morbus Crohn. Ich habe ausgerechnet für Kanton Graubünden bis 16 neue Morbus Crohn-Fälle im Kanton. Bei der Colitis etwa die Hälfte. Die Prävalenz heisst, der Bestand an Erkrankten. Im Kanton Graubünden haben wir ungefähr 800 bis 900 erkrankte CED-Patienten. Das ist nicht wenig. Und wir haben auch schon gesehen, es ist zwar ein altes Tier, aber wir wissen das. Wir haben das Gefühl, dass die Colitis ulcerosa eher stärker zunimmt als der Morbus Crohn. Aber beide nehmen zu. Der Verlauf Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, in etwa ähnlich, etwa knapp die Hälfte oder die Hälfte, haben einen Schub. Und dann über viele Jahre modelliert sich das ein. Sie kommen selten einmal mit einem Schub. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die, die schwierigste Gruppe ist sicher diese Gruppe da. Drei Prozent von denen geht langsam und dann kommt man fast nicht aus dem Schub heraus, über längere Zeit. Die andere Gruppe, etwa 30 Prozent. Die Intervalle können verschieden sein. Immer wieder Schübe, dann vielleicht ein, zwei oder drei Jahre Ruhe, dann wieder einen Schub. Dann vielleicht ein Jahr Ruhe, dann wieder einen Schub. Und dann diese Gruppe da. Wenn wir jetzt von Patienten reden, die ich jetzt meine, da sind es ungefähr diese da. Die haben da keine Beschwerden. Und diese Leute, diese haben auch während den Schüben, ob das ein halbes Jahr oder zwei Jahre dazwischen ist, auch keine Beschwerden haben. Und doch sind sie krank, respektive haben die Krankheit. Und wir wissen, wenn wir nichts machen, wenn sich das einfach so hinbleppert, kann man sagen, entwickelt sich immer schwierige Situationen. Ziel unserer Bemühungen sind natürlich, klar, keine Symptome und die Heilung der Schleimhaut. Das heisst Remission oder die Krankheit ist in Ruhe. Keine Steroide ist ja auch wichtig, wir wissen alle wieso. Keine Rückfälle, das verhindert, oder man ist gut auf dem Weg, dass keine Komplikationen wie Stenosen, Strukturen und Fistern und sogar Tumoren auftreten. Das haben wir jetzt gehört. Und was macht das? Das steigert natürlich die Lebensfreude, die Lebensqualität zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz und wo das auch immer ist. Darum braucht es Kontrollen. Und ich rede nochmals bei Remission, also bei Patienten oder bei Leuten, bei denen die Krankheit in Ruhe ist. Die Beschwerden. Es ist ja klar. Ich bin, so wie Lukas das auch schon gesagt hat, in der Regel, das ist meine Erfahrung aus den letzten 30, 40 Jahren, wissen die Patienten, im allermeisten Fall, das ist ein Schub, das ist kein Schub. Sie spüren das, sie kennen ihren Körper am allerbesten, da bin ich mir sicher. Das Wichtigste dabei ist, man muss, wichtig ist, nicht allzu lange zuzuwarten, wenn es einem nicht klar ist. Nicht einfach Wochen, Monate irgendwie verstreichen lassen. Also das ist, die Beschwerden sind wichtig. Man darf schon einmal zwei, drei Wochen warten und sagen, ich warte noch, das ist sicher kein Schub. Aber wenn man nicht sicher ist, dann sollte man. Dann das Labor. Wir haben ja gesehen, wenn wir gesehen haben, diese Schleimhäute, die krank sind. Ich bin der Meinung, man sollte mindestens einmal jährlich das Hämoglobin, Eisen, B12, also Vitamin D, die Folgsäure, das Calcium, Eiweisse, Kreatinin, die Nierenfunktion und die Leberwerte kontrollieren. Wir wissen, erhöhte Leberwerte können immer ein Hinweis darauf sein, dass die Leber auch krank ist. Es gibt ja die sogenannte sklerosierende Cholangitis, das ist ein Nebenschauplatz der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Dann, ich habe schon gesagt, Blutspiegelmessung, wenn man über Jahre TNF-Blocker nimmt, also Humiere nimmt, irgendwann muss man wissen, ein Anteil der Patienten entwickelt Antikörper, also dann können sie direkt Zuckerwasser nehmen, es hat keine, Humiere wirkt nicht, also kann man es weglassen oder muss weglassen, weil es nur Geld in den Reihen geschoben ist. Oder den Spiegel, Beispiel, entweder wenn der Spiegel zu tief ist, der Resikamente, kann man, dann kann man es gleich weglassen und schauen, ob es geht ohne. Oder wenn es nicht geht, muss man den Spiegel anhören. Also ich habe schon mehrmals Patienten über mehrere Jahre mit gleicher Dosis mit Antikörper gesehen, einfach, ich glaube, das ist wichtig. Also das Labor, nicht vergessen. Das Kalprotektin haben wir gehört, Kalprotektin ist das, oder das fäkale Kalprotektin, das heisst im Stuhl, im Darm, ein Eiweiss, welches von weissen Blutkörpern, neutrophilen Granulozyten, produziert und bei entzündlichen Prozessen den Darm ausgeschieden wird. Wir wissen, ein Wert bei Patienten, bei Leuten mit einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung unter 150 darf man als normal annehmen. Wenn es gegen 200 oder sogar weiter 400, 600 oder 1000 sind, dann passiert da irgendetwas im Darm. Es ist ein einfacher Test und in ein paar Tagen hat man ein Resultat. Wir wissen, Kalprotektin-Messungen bei einem Schub und nach der Therapie des Schubes, sei das die Colitis oder der Morbus Crohn oder umgekehrt, da aufgezeichnet. Also das Kalprotektin ist wirklich ein gutes Mittel. Es ist nicht immer eins zu eins, aber es gibt einen sehr guten Hinweis. Ich glaube, auch wenn man sich wohlfühlt, mindestens ein Jahr, ich empfehle das bei meinen Patienten alle sechs Monate, wenn der Kalprotektin bei 200, 250 ist, müssen Sie keine Beschwerden haben. Irgendwo lodert Ihnen etwas und dann sollte man nicht länger warten, sondern wirklich schauen, was ist da los. Ich setze sehr viel auf das Kalprotektin. Die Endoskopie muss man nicht endoskopieren, wenn es einem gut geht. Aber ich glaube, dass die erste Endoskopie nach Behandlung eines Schubes, etwa ein Jahr nach der Diagnose, sollte man eine Bestandesaufnahme machen. Und danach ist es wirklich ein- bis zweimal jährlich ab dem zehnten Krankheitsjahr. Warum das? Weil wir wissen, dass bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung nach dem zehnten, Dr. Henning hat kurz darauf hingewiesen, was da passiert in der Schleimhaut mit dem Immunsystem, entwickelt man schneller oder häufiger Dickdarmtumoren als Patienten, also Leute, die keine Darmerkrankung haben. Je nachdem sagt man ein- bis zweimal jährlich, je nachdem kann man auch einmal sagen, alle drei Jahre. Ultraschall ist wichtig. Ich habe nur klein geschrieben. Wenn der Darmerkrank nicht entzündet ist, findet man normale Verhältnisse oder man findet vielleicht einmal eine Stenose, wo das Segment vor der Stenose etwas weiter ist, kann man das finden. Aber vor allem sollte man auch die Leber anschauen. Ich habe das ja gesagt, wieso. Kontrolle der Haut etwas sehr richtig. Wir wissen, dass all diese Immunmodulatoren, vor allem das Azathioprin, einfach zu Hauttumoren, bösartige Hauttumoren führen können. Also, es ist ganz klar, jährlich Patienten, die unter der Therapie mit Immunsuppressiva sind, sollte man jährlich einmal einen Dermatologen ausführen. Mehrere Patienten, sehr oft sind diese Tumoren am Kopf, an der Kopfhaut, mehrere Patienten gesehen mit Hauttumoren im Verlauf der letzten Jahre. Knochendichte ist auch die Malabsorption von Kalzium, von Vitamin D. Sie sehen normale Knochen, Osteopenie, ein geschädigter Knochen wegen Mangel an Kalzium usw. und die Osteoporose, Sie sehen dieses fast durchsichtige Knochengerüst und Folge davon sind Zinterungsfrakturen, Einbrüche der Wirbel usw. Also, da muss man daran denken, eine knochendichte Messung, erstmals früh in der Krankheitsgeschichte, die man hat, und nachher entsprechend den Empfehlungen, entsprechend dem Resultat der Untersuchung, muss man behandeln. Vitamin D, Kalzium usw. und die nächste Kontrolle nach zwei, drei oder fünf Jahren. Ein wichtiges Kontrollsystem. Die Schwangerschaft, im Moment betreue ich drei Patienten, die schwanger sind. Wichtig ist, wenn möglich, zusammen mit den Spezialisten, das heisst mit den Gynäkologen, die Schwangerschaft planen und auch vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft die entsprechenden Kontrollen. Und was das Verweisen an bedeutet, hat Lukas ja schon vorher gut dargestellt. Also, zusammengefasst, diese Punkte, glaube ich, sind wichtig bei Leuten, die keine Beschwerden haben, über längere Zeit keine Beschwerden haben. Man erwartet oder findet sehr oft Überraschungen. Vernünftige Verlaufskontrollen bei der CED, zusammengefasst, der Magandantrakt ist mit all seinen Funktionen sehr komplex. Der Wissenstand darüber ist zum Teil noch sehr vage, bis noch nirgends vorhanden. Die CED ist eine chronische, komplexe Erkrankung des grössten menschlichen Organs und begleitet die Betroffenen das ganze Leben. Bei zwei Drittel der Betroffenen, das habe ich gezeigt, ist der Verlauf moderat bis mild. Das sind diejenigen, die ich jetzt meine, diese Patienten. Die Therapie hat viele Facetten. Ernährung, Lebensstil, Psyche, schulmedizinische wie auch paramedizinische Substanzen. Auch wenn die Krankheit ruht, also die Remission, ist die Krankheit da, mit und ohne Medikamente. Da muss man sich bewusst sein, darum muss man sich folgende Fragen stellen. Gibt es trotz Beschwerdefreiheit, Beschwerden, Mangelernährungen, Mangelerscheinungen, die korrigiert werden sollten? Eisen, wir haben gesagt, Vitamin D. Wirken die Medikamente noch gut? Und was haben die Medikamente etwa Nebenwirkungen? Darum, das Labor, wie ich gesagt habe, ich würde einmal jährlich Medikamentenspiegel, Skalpotektin, halbjährlich bis einmal jährlich Kontrollspiegelung, wie ich gesagt habe, mit Ultraschall und Koloskop, die Haut kontrollieren, Knochendichte messen und die Kontrollen mit dem Spezialisten bei der Schwangerschaft. So, jetzt sind wir fertig. Danke. Dankeschön. Ich habe gerade Zeit aufgeholt. Ich habe Gas gegeben. Ja, ist gut. Ich habe von aussen gehört, dass der Apero jetzt eigentlich parat ist. Ich würde gleich vielleicht kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn jemand Fragen hat. Ich mache vielleicht gleich den Start. Und zwar hat online jemand gefragt, betreffend veganer Ernährung. Lukas. Ja, ob das hilfreich ist, ob das etwas nützt. Ich mache auf Schweizerdeutsch. Also es gibt, wie ich glaube gezeigt habe, ausreichende Erkenntnisse davon, dass eine faserreiche, pflanzenlastige Ernährung sehr gut ist. Einfach, weil sie die guten Nährstoffe für unsere Darmbakterien bieten. Also in diesem Sinne ist auch eine vegane Ernährung sicher besser als eine klassische westliche Ernährung. Ich habe schon gehört. Gehört? Ja. So ist besser. Also eine vegane Ernährung ist sicher sehr viel besser als eine traditionelle westliche Ernährung. Mit viel Fastfood, mit viel verarbeiteten Nahrungsmitteln, mit viel Zusatzstoff. Man muss aufpassen bei jeder Ernährungsform. Es muss genügend Protein zugeführt werden. Es dürfen auch bei veganer Ernährung keine Nährstoffmängel entstehen. Und darum auch, wenn man sich mit einer veganen Ernährung eigentlich überwiegend gut ernährt, auch dort dranbleiben und Nährstoffmängel frühzeitig erkennen. Die Studienlage zu, ob vegane Ernährung auch als Therapieform eingesetzt werden kann, ob sie das Auftreten von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verhindern. Es gibt keine richtig, wie sagt man, evidence-based Aussagen. Also Aussagen zu veganer Ernährung, die im Rahmen der randomisiert kontrollierten Studien erhoben worden sind. Aber grundsätzlich, weil man bei veganer Ernährung auf Fleischprotein verzichtet und auf Gemüse und Pflanzen setzt, sicher eine sehr zu favorisierende Ernährungsform. Ich würde es aber nicht als Therapieform verwenden. Und ich würde auch unbedingt, wie ich gesagt habe, egal welche Ernährungsform, regelmässig kontrollieren, ob ich Nährstoffmangel habe und das allenfalls ersetzen. Noch weitere brennende Fragen. Ja, super. Da. Noch eine ganz kurz. Sie haben ja aufgezeigt, dass in Graubünden nach innerer Berechnung die Zahl der Patienten erhöht ist, im Vergleich zu anderen Kantonen. Oder auf was führen Sie das zurück? Kennen Sie da vermutlich? Oder man hat generell auch gesehen, zwischen den Ländern, es gibt grosse Unterschiede. Was ist Ihre Hypothese? Keine Hypothese, muss ich sagen. In der Schweiz sind es ungefähr 1 pro 250'000 Einwohner. Das ist die Prävalenz der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Ich habe nicht überlegt, ob wir höher sind. Ich weiss es nicht, ob wir höher sind als nicht. Mit 800-900 sind wir noch ein bisschen höher. Das ist ja so. Aber die hohen Zahlen habe ich genommen. Ein Prinzip sollten wir in den Kantonen eigentlich weniger haben, weil wir... Ich sage jetzt etwas. Vielleicht nicht so steril aufwachsen. Oder noch nicht so steril aufwachsen, wie vielleicht, dass man sonst in den sterilisierten Zonen im Unterland aufwachsen. Ich weiss es nicht, aber ich gehe dem noch. Es ist ein bisschen höher als der Schnitt. Das ist ja so. Da haben wir noch einen. Ja. Also ich bin in dieser Gesellschaft relativ neu. Man hat auch ein bisschen Überwindung gebraucht, um da herzukommen. Und ich weiss nicht, was ist zum Beispiel so ein eindeutiger Trigger, oder wo man wirklich muss sagen, okay, das ist nicht mehr normal. Das bei mir nicht normal ist, weiss ich schon lange. Aber was ist so ein typischer Punkt, wo Sie als Fachleute sagen, das muss abgeklärt werden? Also ich sage Ihnen mal, Sie können mich sekundieren noch einmal, sicher, wenn Sie blutigen Durchfalle haben. Ich glaube, das ist nicht normal und da muss man suchen, wieso das ist. Ich glaube, wenn Sie Beschwerden haben, über längere Zeit, Krämpfe, Brechreize, Erbrechen, das ist sicher nicht normal. Da ist irgendetwas passiert im Magenantrakt. Oder ich glaube schon, also ja, das sind sicher die wichtigen Fieber, hohes Fieber ist auch so etwas, wo man sicher sagen muss. Wenn Sie Gewicht abnehmen, wie verrückt, ist es sicher auch so ein Punkt. Oder dass Sie Nahrungsmittel nicht können aufnehmen, das Gewicht, Sie essen zwar normal, es geht immer hinten und aussen alles und so. Das ist sicher, also Fieber, Gewichtsabnahme, Beschwerden, die Sie nie hatten oder wieder hatten, wie Sie schon vielleicht sich gut erinnern, beim ersten Schub. Also, meine Erfahrung ist, viele Patienten, wie damals, als ich das erste Mal bei ihnen war, genau die gleichen Beschwerden habe ich heute. Ich glaube, das ist so klar. Und das haben wir schon x-mal bestätigt bekommen. Ich habe das nicht bewiesen, aber wir haben es bewiesen, wenn man schaut und schaut, dass es sicher so ist. Also, das ist, ich glaube, es ist manchmal schwierig, was ist vielleicht Unverträglichkeit, was ist vielleicht, wie viel macht, ich sage jetzt Psyche, wie viel macht Psyche aus? Ich habe jetzt einen Patienten, der in einer schweren Depression ist, mit Suizidgedanken, der hat natürlich einen Schub ausgelöst. Es hat viel mehr Beschwerde, obwohl ich jetzt sechs Jahre nie Beschwerde hatte. Ich glaube, Stresssituationen, wissen wir auch, das kann einen Schub auslösen. Was macht, was macht die Psyche? Ich glaube, das wissen wir nicht. Das sind so Sachen, die der Patient selbst am besten gespürt. Aber eben die Kardinalsache ist blutige Durchfall, Fieber, Gewichtsabnahme, Schmerzen, die wirklich die ganze Zeit oder Kolika, Brechreize erbrechen. Ja, habt ihr noch einen Beitrag? Ja. Genau, also 30 bis 40 Prozent von den Patienten mit chronisch erzündlicher Darmerkrankung haben auch ein sogenanntes Reizdarmsyndrom. Es gibt viel mehr Unverträglichkeiten, wenn ihr Darm angeschlagen ist, sage ich mal so, auch wenn sie aktuell keinen Schub haben. Es funktioniert einfach alles ein bisschen anders. Ihre Darmflora, Ihre Bakterien, Ihre Mikroorganismen sind anders. Und darum möchte ich nochmal zurückkommen zu meinem Vortrag, tun Sie sich, wenn Sie sich ernähren, tun Sie das Tagebuch führen, um Ihre persönlichen Träger zu erkennen, die Ihnen Symptome auslösen. Das ist wirklich hilfreich, das meine ich nicht einfach so für Sie und auch für den behandelnden Doktor. Einfach, es bestehen sehr viel mehr Unverträglichkeiten, wenn Sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben oder auch ein Reizdarmsyndrom, das Symptome wie Durchfallblehungen, Bauchschmerzen imitieren kann. Aber Sie lernen sich kennen, wie der Baseli gesagt hat, und können das beurteilen im Verlauf. Niteri, Entschuldigung. Eine kleine Sache würde ich noch sagen. Wenn Sie damit schwanger gehen, dass Sie so eine Erkrankung haben könnten oder Sie sind sich unklar über Ihre Symptome, dann gibt es natürlich schon relativ wenige Untersuchungen, die Ihnen schon weiterhelfen können. Das ist eine Anamnese vom Doktor, der Erfahrung damit hat. Und dann natürlich die Chronifizierung, mal ein Durchfall, der mal alle drei, vier Wochen mal kommt, das kann es nicht sein. Aber wenn Sie eine Ultraschalluntersuchung machen, ein Kalbprotektin im Stuhl, dann sind Sie ganz viel weiter und eine Anamnese und eine klinische Untersuchung. Bei Ihrem Hausarzt, das kann der auch. Also für mich etwas sehr Wichtiges ist, und das ist auch eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Wenn ich einen Patienten nur dann sehe, wenn er einen Schub hat, kenne ich ihn viel schlechter, als wenn ich ihn auch dazwischen einmal sehe, wenn es ihm gut geht. Darum bestehe ich darauf, jeden Patienten mindestens einmal im Jahr in der Sprechstunde zu sehen. Weil wenn man, ich habe jetzt Akten von 30 Jahren und wir können, jawohl, von 10 Jahren hat sie genau dasselbe. Und das ist für uns, Gastroenterologen, wenn wir den Patienten nur sehen, Notfall, einen Schub, dann macht man ihn, dann verschreibt man 50 Milligramm Spiricort und so. Dann sehen wir ihn in drei Jahren nicht mehr. Das nützt uns nichts, wenn wir sie begleiten möchten oder sollten und wenn sie das möchten. Vielleicht ein Tipp eines Betroffenen, die Triggerpunkte herauszufinden, das braucht Geduld. Und das braucht vermutlich auch eine gewisse Zeit. Ich bin jetzt seit acht Jahren Colitis-Patient und ich weiss heute noch nicht ganz genau alle Triggerpunkte. Ich glaube, das braucht wirklich Zeit und ich glaube, es hat auch Patienten, die schon seit ganz viel mehr Jahren betroffen sind als ich. Und vielleicht wissen die ein bisschen mehr, was Triggerpunkte sind. Aber es gibt ja auch Triggerpunkte, die man gar nicht beeinflussen kann. Es kann etwas passieren im Leben, das einen so aus der Bahn wirft und das ist ein Triggerpunkt, der dann halt den Schub auslöst. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, als Schluss vielleicht, es braucht als Betroffenen einfach Geduld, um herauszufinden, was reizt bei mir ein Schub aus. Vielleicht, ich sage nie, wenn ich einen Patienten zum ersten Mal sehe und sehe, das ist klar Colitis für mich, das ist ein Morbus. Ich sage immer, mit grosser Wahrscheinlichkeit geht es in diese Richtung. Wissen tun wir erst in einem halben Jahr oder zwei Jahre. Weil es etwas Chronisches ist, das kommt immer wieder Spricht an. Einmal, wenn man einmal kommt mit blutigen Durchfall, man sieht Geschwür und sie sind nachher, man behandelt, sie sind nie mehr Beschwerden und nichts, dann haben sie mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen Morbus-Kron gehabt. Okay. Bitte, letzten Mal. Gut. Ich glaube, wir schliessen das so ab. Ich danke nochmal allen, die da gewesen sind. Alle, die von zu Hause, von unterwegs dabei gewesen sind. Es ist auch eine gute, schöne Anzahl Leute gewesen. Ich danke den Referenten, ich danke den Sponsoren, alle, die mitgeholfen haben beim Organisieren. Und jetzt wünsche ich allen einen schönen Aperon, eine gute Heifahrt und vor allem viel, viel Gesundheit. Applaus 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 Applaus